Hallo Fitnessfreunde, ich begrüße euch im neuen Jahr und wünsche euch ein frohes neues Jahr und ein glückliches neues Jahr und vor allem ein gesundes neues Jahr. In meinem letzten Video vom Oktober, da habe ich zwischen den einzelnen Songs meine Sondamoves vorgestellt und jetzt habe ich mir gedacht, dass ich die nochmal wiederhole. Und zwar habe ich hier im ersten Song mir ein besonders langsames Lied ausgesucht und dort springen wir jetzt praktisch diese ganzen Moves nochmal ab. Die Taktung ist langsamer, da kann man sich jetzt richtig so ausleben und da die Sprünge reinhauen. Also lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an. Ich werde jetzt mal Power geben. Jetzt kommt er an den Völkern. Stream 9 3 2 3 3 4 3 Lann Verd cartaha Sprecher 5 5 5 6 5 8 4 Eine Runde Tockel Singeln 4, 3, 2, bisse Verde 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 und dann doppelt single four three two kick around go four three two box get out go four four push push four four push push four kick 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 roll low four three two time shake go 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 and anda come go